Viola Caligari, wie schwer ist es, um in dieses Spiel hinzufallen? Wir haben gut gekämpft und bis zum Schluss war es, dass es nicht gereicht hat. War es schwer gegen Frankreich? Sie haben viel Glück gemacht, aber ich glaube, wir haben gut gekämpft und am Schluss haben wir uns gekämpft. Die Enttäuschung ist groß? Ja, der Torspiel ist natürlich sehr groß, weil das Tor ist unglücklich. Und jetzt, wie geht es weiter mit der Schweiz? Ja, jetzt schauen wir das Spiel sicher noch an, aber den Torspiel ist natürlich groß, ein bisschen distanzieren und dann werden wir sicher nach vorne schauen. Okay, danke schön, viel Spaß!